und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei chained echoes keine ahnung mehr wo ich hin muss da oben irgendwo da oben? das hat unten nochmal angefangen das ist schon wahrscheinlich da oben da oben mit fetten dinos vorbei unmöglich oh wir konnten tyron so schnell nahe der grenze ein lager errichten in dem sie schon vorher wussten was in farnsport passieren würde warum die langen gesichter das sind doch gute nachrichten sie könnten uns eskortieren ja halt die brücke ist geschlossen kehrer ihr müsst uns durchlassen wir sind auf der dringenden mission und unser weg führt nach thormund ich glaube fast ihr hört schlecht dieser weg ist gesperrt verschwindet der einzige was hier bald verschwinden wird ist euer arbeitssoldat ihr wisst wohl nicht mit wem ihr hier redet ich bin präsident celestia valkyria von tyron ja und das sollten wir euch glauben mich interessiert nicht was ihr glaubt bringt mich zu eurem offizier lasst ihn mein geburtsrecht prüfen was das für ein krach schickt diese leute weg oh das ist der verräter matthew general diese frau behauptet die verlorene prinzessin celestia zu sein bitte was ihr seht der prinzessin der tat verdächtig ähnlich identisch ist das wort das ihr sucht vergebt mir meinen misstrauen es passiert eher selten eine verlorene prinzessin in der wildnis zu finden also gestaltet mir die frage wo ihr herkommen und wo ihr hin wollt ich habe kein gutes gefühl bei der sache sagt nicht dass wir augenzeugen beim parkett waren ich weiß die menschen sprechen von einem neuen krieg am horizont ich wollte in diesem mit meiner zeit mein bruder beistehen so so ist es das was ihr wollt ihr wollt eurem bruder doch nicht irgendwelche seltsamen gedanken einpflanzen oder was ich tue irgendwas nicht dass es geht euch nichts an general dieses unnötige krieg es kann ja hat vertreter von tyran und grab was in diesem abend hingerichtet ich selbst bin gerade so mit der haut und haaren davon gekommen ist der schändliche tod unserer landsleute nicht grund genug für einen krieg wagt es nicht mich zu unterbrechen oder wollt ihr gar behaupten ein dämon hätte den palast angegriffen hat seinen mund geöffnet und jeden verschlungen wer sollte euch das glauben mein bruder glaubt mir so wie mir als er mir den befehl gab einen weg für einen neuen krieg zu finden mein bruder hat was es ist nicht ganz so gelaufen wie geplant aber dieser zufällige angriff dieses monsters hat uns gewissermaßen geholfen euer bruder wird seinen krieg bekommen und was euch angeht prinz frederick wäre sicher erfreut euch zu sehen aber für tyran seid ihr nutzlos ihr könnt ihr es wagen so mit der prinzessin zu reden ihr könnt noch mit einem nutzen für eure heimatland haben der prinz hat mir befohlen jeden möglichen grund für einen krieg zu nutzen wäre wohl die reaktion der menschen wenn sie von der ermordung einer prinzessin es kann es hören würden ich habe es überprüft sie ist eine hochstaplerin und das wird mit dem tod bestraft tötet sie was ein moment general seid still ihr habt lange genug zeit des generals verschwendet lasst keinen am leben zeit dass ihr unser kleiner felix ein bisschen überbekommt der kleine felix alter das ist ein riesiger aus baki die typen haben auch beim kampf in warshaai gesehen tyran hält sie wie hunde dummerweise sehen die nicht gerade zahm aus in ihren wehen fließt das blut der berserker da haben wir keine chance was passiert hier len rob ro eine einzige himmelsrüstung aus farnsporten wenn sie die prinzessin als geisel nehmen gerade rechtzeitig ich sagte doch ich schulde die eingefallen ich bin ein mann meines wortes du bist der beste ro vorsicht len er lügt len pass auf prinzessin was stimmt nicht mit dir ro ich spucke auf die erde wenn es darum geht einen krieg zu verhindern ich bin nicht hier um meine schuld bei dir zu begleichen es war besiegelt als deine lügen enttarnt wurden prinzessin celestia was du kommst mit mir dieser krieg muss aufgehalten werden meine neugeborene tochter soll nicht doch mehr blut vergießen und hunger erleben nein das wird sich nicht wiederholen genau deswegen will ich diesen krieg verhindern ro wenn du mich entführst hat mein bruder jeden grund den krieg nach escania zu bringen aber wenn ich mit ihm reden könnte dann schweig du hast du weißt dass dein bruder nach diesem krieg trachtet er führt keinen weg daran vorbei die liebe zu deinem bruder macht dich blind und führt uns in den untergang die liebe deines bruders zu dir hingegen die könnte uns einen vorteil verschaffen wenn du wirklich etwas für escania übrig hast komm mit mir lernt ich bitte dich wenn ich dir folge ist alles vorbei mein bruder wird vor wut rasen ich kann ihn beruhigen ro also mach den weg frei so sei es also mit gewalt wow das ist mal komplett unerwartet viel spaß mit meiner ulti da machen wir erstmal alles schwächer wirkt bei dem gift keine ahnung bisher wirkt bei jedem gift irgendwie abwehrstärkung gegen was ist der eigentlich schwach schwäches wasser machen wir noch bluten ich meine maschine kann immer sehr gut bluten ist immer ein bisschen das einzige was hier ein bisschen so zum teil unkonsistent nennt man das am besten weil du halt roboter vergiften kannst auch wenn das natürlich vielleicht im innen drin erwischt ne ich kann mich nicht anders das ist dann der andere ne druckpunkt gegen wind ist er ja starker laserstrahl konntagestell konntagestell ok ölhieb ne bringt mir grad nix das wird ein bisschen zurück bringen gegenhaltung was ist gegenhaltung eine runde geht es nur probieren wir es mal aus komm scheiß drauf den greift jetzt an oder oh gott der trifft alle ach du kacke wow 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 der hat immer noch gegenhaltung ach du scheiße vor allem jetzt sind zwei zügen dran ne oah mist naja war klar was ist das jetzt gewesen oder war der so viel abgezogen wieso war denn jetzt der schon wieder dran alter der kommt immer alter der kommt noch zweimal dran wollt ihr mich verarschen jetzt mal die ganze snacks raushauen ja wobei der andere kann heilen sein move ist halt am geilsten weil er halt so viele verschiedene dinger draufhauen das nächste sind die zwei dran kann die andere heilen ok äh rüstung ist drauf ne ja abwehrbrecher dann machen wir kreuzchen ok er hat pandemie bringt mir zwar nix aber dafür kriegen wir das ding wieder ein bisschen runter ok ok jetzt können wir uns hochheilen ok langfinger wird hundertprozentig auch das ding sehen ok jetzt müsste er weg sein ne ja beinarbeit bringt es ein wenig runter sehr gut helfen der hand hilft mir wobei ich eigentlich wechseln wollte ne die kann er nicht wechseln jetzt gehen wir langsam die dinge aus oh fuck der hat er sie kann nochmal Wasserstoß draufhauen nein nicht abwehr oh Gott oh blutung ist noch zwei runden zack ah ok besiegt er wird explodieren ... warum Len warum warum Len warum ääääh äääh äääh Wessen Schicksal möchtest du folgen? Glenn und Len? Kilian, Victor und Rob? Sienna. Glenn und Len. Kannst du mich hören, Glenn? Geht's dir gut? Len, wo sind wir? Was ist passiert? Rob hat die Brücke unter unseren Füßen zu stören und hier sind wir gelandet. Die anderen? Verzeih, das weiß ich nicht. Entweder konnten sie sich selbst retten oder der Fluss hat sie noch weiter abgetrieben. Wir müssen sie finden. Nein, das wäre zu gefährlich. Aber Kilian. Wer ist über den Fluss nach uns absuchen? Glaubst du nicht? Wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Sir Victor hat über eine Gaststätte geredet. Die Weiße Rose. Wir können dort auf den Rest warten. Das ist auf der anderen Seite von Cortana und wir sind nur zu zweit. Wie sollen wir das schaffen? Ich bin nicht sicher. Vielleicht haben wir Glück und treffen die anderen auf dem Weg. Aber erstmal müssen wir hier weg. Du hast recht, Len. Wo die überall runterfallen oder sowas. Vor allem der Glenn sowieso. Ist das ein Gegner? Hallo? Ich meine erst diese Grimoire-Explosion, wo er mitten im Ding steht. Wobei er die ja scheinbar überlebt hat, weil er so eine spezielle Fähigkeit bekommen hat. Wobei ich dann halt wieder nicht verstehe, warum hat Glenn und Kilian überlebt, aber die anderen sind tot. Also, bisher denkt man, dass die tot sind. Kiste. Oh, eine Kiste. Okay, rechts geht es dann weiter hoch und hier müssen wir dann nochmal klettern. Auch geil. Wir springen mal für den Abgriff-Fastschub. Ich meine, wir sind gerade aus riesige Höhe gefallen. Wo ist die? Oh. Scheiße. Das ist einfach nur ein Weg. Ich dachte, ich habe doch rechts und links nichts gesehen. Das war total der Verarsche. Die Vögel, die machen mich immer noch fertig. Die sind nur zielig scheinbar, aber ich habe mich schon nicht voll nach Gegnern. Himmelsrüstungen. Himmelsrüstungen? Das sind X300P-Modelle. Das ist unglaublich. Das sind die neuen Modelle von MRC. Die haben doppelt so viel Kraft unter der Haube wie der Vorgängermodell und verbrauchen gleichzeitig weniger Sprit. Das war der größte Generationssprungsschreiter P100-Serie. Schau, wie butterweich sich ihre Gelenke drehen, wenn sie die Richtung ändern. So wunderschön. Deine Freude darüber zeigt dein Wissen. Hahaha. Ah. Schau da drüben. Ähm. Sie mobilisieren für einen Krieg. Wie schrecklich. Lord Gustav Reimeyer ist ein Verbündeter Tyrants. Wir sollten einen weiteren Bogen um das Dorf machen. Reimeyer, ich habe seinen Namen erst kürzlich gehört. Lord Gustav ist Rob's Vater. Er ist der Sohn eines Grafen, das erklärt so einiges. Ich spreche nicht schlecht über ihn, er hat viel erduldet. Tut mir leid, du scheinst ihn gut zu kennen. Während dem Krieg rebellierte Lord Gustav gegen meinen Vater, aber er wurde schnell in seine Schranken gewiesen. Oder verwiesen. Rob wurde als Mündel in das Schloss gebracht, er ist dort mit mir aufgewachsen. Eine Leben als Geisel. Er war der Sohn eines Grafen, aber er wurde kaum besser als eine einfache Markt behandelt. Das muss schmerzhaft für ihn gewesen sein. Verzeih, das wusste ich nicht. Dir tun entsetzlich viele Dinge leid, das muss es nicht. Tut mir... Äh, ich meine okay. Wieder muss er, gehen wir weiter. Wuff, wuff, wuff. All diese Monster zu meiden wird uns ewig beschäftigen. Stimmt, aber gegen die meisten haben wir kaum eine Chance im Kampf. Tut mir leid, dass ich keine große Hilfe bin. Was redest du da? Ohne dich hätte ich mir jetzt nicht mehr gewagt, über die Berge zu gehen. Glenn, alles in Ordnung? Lass uns hier ein Lager aufschlagen. Die Sonne geht so oder so unter. Ich bin gespannt, ob das auch eine kleine Liebesgeschichte wird zwischen den Zweien. Sag mal, ich weiß, es geht mir nichts an, aber was ist dein Plan bezüglich deines Bruders? Messi scheint bestätigt zu haben, dass Lady Parnelia auf Geheiß von Frederick bemordet wurde. Messi ist ein Lügner, ich glaube ihm kein Wort. Versteh mich nicht falsch, Glenn. Ich bin kein naives Mädchen, das trotz aller Beweise glaubt, ihr Bruder sei unschuldig. Ich kenne ihn besser als jeden anderen Menschen und ich weiß, wozu er fähig ist. Und das ist nicht wenig. Aber das heißt nicht, dass er den Befehl gegeben hat. Noch heißt es, dass ich den Krieg nicht aufhalten kann, wenn ich mit ihm spreche. Äh, noch heißt es, ich muss das große Ganze mit meinen eigenen Augen sehen und darf meinen Bruder nicht aufgrund einer Aussage von jemandem, der versucht hat, mich zu ermorden, aufgeben. Du hast recht, und sollte man sonst vertrauen, außer der eigenen Familie? Das große Ganze, das war auch der Grund, warum ich aus dem Schloss floh. Du kannst nicht verstehen, wie es ist, die Welt nur am Horizont zu sehen, während du am Fenster in deinem Schloss sitzt. Du weißt nicht, wie es ist, hinter Mauern weggesperrt zu sein. Eigentlich weiß ich das nur zu gut. Das tust du? Diese Stadt, aus der ich komme, war ein großes Gefängnis. Es war ein riesiges Loch im Boden. Eine geht auf eine Gebäude, er baute im Schlamm riesige Welle drumherum. Die Wachen öffnen die Tore, warfen Gefangenen hinein und verschlossen sie wieder. Sie interessierte es nicht, was drin passierte. Das erzählt das Gesetz des Stärkeren. Wer hatte Arbeit und etwas Glück hatte, wurde als Sklave verkauft und konnte die Stadt verlassen. Sprichst du zufälligerweise über Golgotha? Ja, ich kam hinter den Wellen zur Welt, als Sohn eines Insassen. Du sagst, du hast die Welt nur am Horizont gesehen? Ich konnte nicht einmal das. Ich wusste nicht einmal, wie der Horizont aussieht. Menschen sprachen darüber, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Umgeben von den Wänden wusste ich nur, wie der Himmel über mir und der Schlamm unter mir aussieht. Du bist ein überlebender Golgotha? Das wusste ich nicht. Das tut mir leid. Wie dumm von mir. Du hättest es nicht wissen können. Nach dem Jahr der Exodus wurde ich befreit und es schloss mich dem Bund des Eisernen Bullen an. Vermutlich ist der Grund, warum ich so gerne Himmelsrüstung empfliege, dass ich so lange gefangen war. Ich liebe es, in der Luft zu sein. Da oben fühle ich mich frei. Ich kann über jeden Berg sehen, über jede Mauer, aber jetzt gibt es die Truppe nicht mehr. Wenn wir Terran erreichen, Terran, sorge ich dafür, dass du recht reich entlohnt wirst. Du könntest das nutzen, um neu anzufangen. Das ist Kilians großer Wunsch, aber wenn ich wählen könnte, dann sage es mir. Beim Kampf in Wernshire, ich war in der Mitte der Explosion, die den Krieg beendet hat. Warte, du warst in der Mitte? Wie hast du das überlebt? Ich weiß es nicht. Die Explosion hat Gebäude pulverisiert, Menschen getötet, Wasser verdampft und Fleisch geschmolzen. Aber Kilian und ich, wir hatten keinen Kratzer. Der Grund für die Explosion war, es sah wie ein Grimoire aus, nicht die magischen Wälzer, aber wie die Edelsteine, die in deren Steine eingesetzt werden. Es war größer als ein normaler Stein und reflektierte Licht in den Farben des Regenbogens. Ein Grimoire? Bist du sicher? Ich kenne keins, das eine solche Macht besitzt. Aber einige Herrscher von Valandis scheinen es nur zu gut zu kennen. Kilian und ich suchen nach Informationen darüber. Wir wollten wissen, was es damit auf sich hat. Deswegen habt ihr euch in den Palast geschlichen. Und deshalb reisen wir mit dir nach Tormund. Wir wollen deinen Bruder fragen, alle Informationen über das Grimoire mit uns zu teilen. Du sprichst über eine Waffe, so mächtig, dass sie einen Krieg ganz allein beenden kann. Ich glaube kaum, dass mein Bruder Informationen darüber teilen würde, selbst wenn er welche hätte. Aber ich werde viel fragen, ich verspreche es. Danke, Len. Diese Explosion verfolgt mich noch immer. Informationen darüber zu finden, was an diesem Tag passiert ist, ist mein Weg damit umzugehen. Ich werde mein Bestes tun, um dir dabei zu helfen. Tut mir leid. Hör auf, das zu sagen. Ja, lass uns schlafen. Jemand mehr über dieses Thema sprechen, desto schwerer wird es mir fallen, Schlaf zu finden. So sei es. Gute Nacht, Len. Gute Nacht, Len. Glenn und Len. Hm. Vom Namen her passen schon. Ihr da, schwacht auf. Sreda. Hä? Soldaten? Sehen wir wie Soldaten aus? Was wollt ihr? Wisst ihr, wo wir hier sind? Das ist heiliger Boden. Ihr habt hier nichts verloren. Mein Kopf, verdammt. Pass auf, das tut weh. Okay. Entschuldigung, wir wussten nicht, wo wir sind. Das war nicht mein Absicht. Das sind heilige Wälder. Jeder, der sie betritt, wird mit dem Tore bestraft. Was macht ihr dann hier? Halt still, sonst kann ich dich nicht ordentlich verbinden. Wir sind in einer Notsituation. Unsere Dorfwellen wurde von einem Monster angegriffen. Wir haben es schwer verwundet, aber es ist geflohen. Wir jagen es, bevor es sich erholt. Ein Monster? Es sah aus wie eine Kreuzung aus Bär und Wildschwein. Hatte rotleuchtende Augen und war groß. Für die Wunden, die wir ihm zugefügt haben, haben drei Männer ihr Leben gelassen und fünf weitere wurden schwer verwundet. Sreda, wir wollten nicht noch länger hierbleiben. Wir sind alle erschöpft, diese Pause ist nötig. Das Monster wird nicht weit sein. Könnt ihr uns für einen Eindring während dieser Notsituation vergeben? Ihr seid bewaffnet und seht aus, als könntet ihr mit euren Waffen umgehen. Wir werden hier etwas rasten, dann folgt ihr uns. Ihr wollt, dass wir euch beim Erlegen der Bestie helfen? Keine Sorge, das Vieh kann sich kaum noch verteidigen. Hilfe ihnen nicht, Glenn. Du bringst dich dabei nur in Gefahr. Wer bist du und was wirst du von mir? Lass uns helfen. Wir haben ein anderes Ziel, hast du das vergessen? Ich weiß aber, hast du es nicht gehört? Leuchtende rote Augen, genau wie der Dämon beim Bankett. Vielleicht besteht eine Verbindung. Davon abgesehen haben wir keine Wahl. Oder sollten wir uns für das Betreten des Waldes hängen lassen? Natürlich nicht. Also gut, bereitet euch vor, während wir uns ausruhen. Wow, wie viele sind das? Die Augen des Monsters leuchten rot als Werdes von einer Art Magiebesessen. Selbst unser einheimischen Monsterjäger hätten so etwas noch nie gesehen. Wir haben noch nie zuvor ein so aggressives Biest gesehen. Wir müssen das erledigen, solange es verletzt ist. Niemand weiß, was passiert, wenn er sich erholt und zurückkehrt. Ein paar Minuten Pause machen die beste Läufende, macht euch bereit. Das Monster kam aus dem Nichts. Es zerstörte zwei Häuser und eine Scheune. Huch, eine Fee? Hör auf mit dem Witzen, das ist kein Märchen hier. Es scheint, als würde es uns den Weg zeigen. Aber wohin? Äh, Talent. Talente erlernen. Fällt mir gerade nämlich so auf. Es fehlt immer noch eins. Schweinerei. Widerstand. Widerstand gegen dieses Element um 15. Ach, Windwiderstand. Erblendungswiderstand. Fünf Tech-Punkte reißen, sonst bin ich ehrlich. Ich bin nicht raus. Hä? Ach so, das vereint sich dann einfach, dass ich dann alles erlernen kann. Wassersprung, Feuersprung, Windsprung. Der pro Treffer einmal Schaden verursacht alle. Ah, ja geil. Oh, fuck, die brauche ich alle. Erhöht den Schaden im nächsten Zug um 125%. Aber verringert bis dahin. Abwehr und Psychon des Anwenders um 25. Feuer, Gift. Abwehr, Energieleihe. Energieleihe brauche ich nicht. Lockvogel. Chance von einem Gegner angegriffen zu werden. Waffenbrecher. Verringert Angriffe und Magie des Ziels drei Runden lang. Verringert Overdrive um 15. Oh, das ist sehr cool. Erhöht Angriffe und Magie um 15%. Verringert Abwehr um 15% selbst. Maschinenkiller, Kontoabwehr. Ist es nicht gerade durch den Wald? Hallo? Oh. Wo ist die Sau hin? Dahin? Geh nicht weiter. Ah. Was ist los, Glenn? Es tut zu weh, die Stimme in meinem Kopf. Glenn, wovon redest du? Es ist hier. Hm, hast du was gesehen? Ja, nein, es ist im Wasser. Ich kann nicht wirklich was sehen. Konzentrier dich, Glenn. Es ist deine Falle. Glenn, spring. Das ist Cerradas rotäugige Bestie. Woher wusstest du, dass sie kommt? Äh, Intuition, schätze ich. Hast du das Gelächter? Diese Waldgeister oder was auch immer dahinter in uns her sind, haben uns eine Falle gelockt. Vielleicht können wir sie besiegen. Sieht ihr die Wunde an? Wir haben keine andere Wahl. Es gibt keinen Weg zurück. Schwere, Dürre, Öl und Nässe. Bestimmte Gegenstände und Talente können eine Folge in Statuseffekte auslösen. Schwere, Dürre, Öl oder Nässe. Ein Gegner oder ein Gruppnötchen, das während man den Statuseffekte von einem Element angriffen wird. Ein zusätzlicher Schaden. Schwere, Verstärkte Erde, Dürre, Wasser, Öl, Feuer, Nässe, Wind. Das hat eh keine Schwäche. Was ist das? Das ist ein Drache? Das ist ein Schwein. Vergessenes Wildschwein. Ja, was er scheinbar ein Drache ist. Au, hör auf zweimal zuzuhauen. Oh, das ist damit automatisch mit draufgekaut worden. Eiszeit. Ah, das dauert viel zu lang alles, ne? Ich muss mit den normalen Angriffen. Sonst verbrauche ich zu viel TP. Fakt, das ist ja alles für Dinge. Boah, 39? Stimmt mit dir nicht. Mach das jetzt dann nochmal, mir sterben, oder? Scheiße ist halt echt immer so, ne? Wir haben ja noch 14. Aber gut, dass es immer auf den zielt, der wohl wenigstens Energie hat. Na, Öllampen haben wir 10. Fuck. Aber warte mal, wir haben doch eine hohe Süßigkeit. Na, die wollen mir jetzt zeigen, dass ich halt mit solchen Sachen halt auch gut arbeiten kann. Ich höre kein Gelächter mehr. Die Waldgeister haben uns zu diesem Monster geführt. Aber wieso? Glenn, du siehst nicht gut aus. Dein Gesicht ist ganz bleich. Ich, ich. Du hättest auf mich hören sollen. Das Biest, das du besiegt hast und der Dämon beim Barquett sind beide nicht von dieser Welt. Aus Eldera, Eldrea herausgeboren und sie teilen ein gemeinsames Ziel. Das zielt dich zu jagen und zu töten. Verstehst du das, Glenn? Die Welt will dich tot sehen. Glenn? Das bringt man gleich selber um, oder wie? Wessen Schicksal möchtest du folgen? Meine. Machen wir sie erinnerst. Verfluchte Mission. Das ist das Geld nicht wert. Wenn sie überlebt haben, schaffen sie es ohne meine Hilfe. Ich bin raus hier. Keine Schwur von ihnen. Nicht mal ihr Körper. Sie wurde gezwungen, da hinzugehen. Vielleicht sind sie geflohen. Nicht, dass es wichtig wäre. Wenn erstmal ihr Gefahrgangsposter an den Wänden hängt, dauert es keine Woche mehr, bis sie vom Geigen hängen. Braucht man dafür nicht Augenzeuge für die Zeichnungen? Wir standen bald direkt bei ihnen, aber kannst du dich daran erinnern, wie sie aussahen? Ich nicht. Jetzt, wo du sagst, nicht wirklich. Das könnte ein Problem sein. Für einen Moment dachte ich, es könnte Ärger geben, aber das Problem erledigt sich scheinbar gerade von selbst. Nimm mich nur an die Frau, die ganz hinten stand mit den roten Haaren. Was? Sie trug ein Schwert der Suna und hatte rote Kleidung. Stimmt's? Stimmt, und ihre Augen waren grün und sie hatte eine Muttermaler unter ihrem linken Auge. Wenn ich gerade müsste, würde ich sagen, sie war so 1,80 groß und wog um die 55 Kilo. Kein Würde, dass sie sich nicht an die Reste erinnert und die haben nur mich angeklotzt. Also soll das zumindest für eine Zeichnung reichen. Genau, sie wird schon bald im Kerker sitzen und vor dem Schicksal gibt es keinen Kommen. Stimmt, sie müsste schon was sehr Heldenhaftes tun, um sie jemals Gnade zu erfahren. Ja, sowas wie die echte Prinzessin Celestia finden. Und sie sicher nach Tormund zu ihrem Bruder bringen. Okay, okay, verdammt, ich hab's verstanden. Ich helfe der Prinzessin. Was war das? Vielleicht finde ich sie in der Weißen Rose, die Celeste erwendet. Ich könnte sie immer noch zu den Fjordenwäldern eskortieren. In der Stadt östlich von hier, da könnte es einen Weg durch die Schlucht geben. Wie geil. Aber, ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Sieh ja noch, die arme Sau. Die sah halt für die zu gut aus, dann haben sie bloß die Angst statt. Also, macht's gut und Servus.